So, herzlich willkommen zurück liebe Zuschauer und Zuschauer, wir haben Fehlerrämme, jetzt werden wir hingehen, was natürlich sehr unschlau ist hier und wenn diese uns jetzt mal runterholen jetzt passiert genau das, was eigentlich nicht passieren sollte und bringen diese erstmal für die Schafe und bringen die Schafe und die Schafe. So, weil wir werden jetzt erstmal alles hier füllen, können wir nicht. Wieso nicht, weil das uns noch nicht gehört, dann bringen wir das zu den Pferden, weil die brauchen auf jeden Fall halt. Okay. 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 Wasser kann vorhin. Wasser. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wollen wir mal gucken. Das könnte. Klar. Klar. Ja, klar. Ja. 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 Okay. Okay. Das ist jetzt... Also ganz verstehen muss man das hier alles nicht. Okay liebe Zuschauer, ich bin einfach für sowas nicht geboren. Ja, nur so. Dann lagern wir das doch erstmal ein. So, Strohbällenblaser. Motorstern. Hier abladen. Okay. 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 da fahren wir heute noch ein bisschen rum. Das ist es auch nicht. Auf jeden Fall Wasser müssen wir noch haben. Heu kann hier nicht angenommen werden. Man muss doch irgendwo der dämliche Heu einladern können. Schwer werden wir nicht angenommen. Gut. Dann haben wir jetzt einen Denkfehler. Einen ziemlich großen Denkfehler. Machen wir das ganze Spielchen anders. Ah, Mist 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 Mist. Machen wir das ganze Spielchen. So, dann nehmen wir mal ein Pferd anders und holen wir uns jetzt das Ding. Dann bringen wir einfach das Stroh. Weil ich weiß, die Pferde brauchen Stroh. Einfach dann erstmal dort ausfällt. Und von dort aus. Machen wir das woanders hin. Oder wir verkaufen das einfach. Und von dort aus. Und von dort aus. Und von dort aus. So werden wir das machen. Wir werden dann sehr schön nicht dort verkaufen müssen. So werden wir das machen. 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 So werden wir das machen.